Hallo und Willkommen bei der US Navy beim nächsten Video und zwar heute das US Navy Hauptquartier. So, hier sieht man schon von O1 bis O11, von dem Sein bis zum Flottenadmiral, auch zum Arrowadmiral, alle beide, dann gibt es ein zweiter und hier sieht man schon den VE1. Hier sehen wir einen Recruit, April 1, Seaman und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, wie ihr schon seht, das Ding ist verdammt groß. Fliegen die Türme oder ist es nur so, weil es so weit weg ist? Es ist eigentlich so, weil es glaube ich so weit weg ist. Na ja, ich dachte, es wäre weit weg. Ja, da müsste ich nochmal, warum ist es? Ach egal. So, da muss ich nochmal halt schauen. So, hier sieht man auch schon. Zwei fette Zerstörer auf den Hallen, noch mehr Dogs, Baracken und so weiter. Ja, da ist das andere Haupt, da ist das US Army Hauptquartier fehlt. Eine ist ein bisschen kleiner, aber ja. Ah. Du brauchst schon fliegen, wenn es Jeeps gibt. Haha. Es ist kaum zu kontrollieren, aber sie fahren. Aufhören mal ein bisschen rum. Aufhören. Das ist die Technik, da muss ich auch noch was reinbauen. So, hier hinten ist auch noch ein Flugplatz. Die Hangars, zwei Stück. Und ja. Das ist einfach eine große Insel, Haufen Zeug. Die Baracken. Also, was das Wort einfügen ist, das mache ich noch. Man sieht es, keine Betten, kein Licht, das muss ich noch alles erinnern. Also fertig bin ich nie mit den Bauten, aber... Ah. U-Boot. Was für U-Boot hier? Äh, ganze Halle. Ja, also das war es jetzt auch mal vom Hauptquartier. Also, ciao. Und jetzt. Auch hier. Ciao.